Sobald Sie Ihre aktivierte Nano-SIM-Karte haben, können Sie diese ins Apple iPhone einlegen. Natürlich können Sie sie auch vorher schon einlegen, aber um das Gerät dann benutzen zu können, muss dieser aktiv sein. Ich zeige Ihnen nun, wie Sie die Nano-SIM einsetzen. In der Verpackung lag ich hier so ein Öffnungswerkzeug bei. Sie nehmen hier die rechte Seite des iPhone 5, stecken diese Nadel in diese kleine Öffnung an der Seite und dann muss man einmal sehr kräftig drücken. Dann sieht man hier, dass so eine kleine Schublade aufgeht. Diese muss man dann vorsichtig herausziehen. Als nächstes wird die Nano-SIM-Karte eingelegt. In dem Fall mit den Kontakten nach unten. Und dann wird diese Schublade quasi wieder in das iPhone reingesteckt und einmal kräftig draufdrücken, bis es einrastet. Und das war bereits das Einlegen der Nano-SIM-Karte ins neue iPhone 5. Ich kann das um Peléheben schauen. Und dann können Sie die E-Motor-SIM-Karte ins neue iPhone 5. Dann kann das nicht Ihr euch jetzt mit dem разгessen. Ich kann das nicht unbedingt hier mit der E-Motor-SIM-Karte ausprobieren. Also kann das Ihnen sagen, wenn du das überraschst, dass ich sie mit dem klaten. Dann kann das nicht mein Live-SIM-Karte aufpassen. Dann kann das nicht mehr mit der E-Motor-SIM-Karte ausprobieren. In das ist die gleiche Musik-Karte ausprobieren. Dann kann das nicht mehr mit dem Preis-SIM-Karte in die Matrix-Karte mitfläche.